Boah, ich hab'n Grinsen, ey. Scheiße. Mist, jetzt ist er weg. Aber ich muss da hinten hin. Och Mann, ich hab' wieder keine, keine Pistole. Zeichnungen. Ähm, Gefängnis-Docks. In den Docks laden und entladen die Frachtkähne ihre täglichen Lieferungen von Vorräten, Waffen und Gefangenen. Die Boote werden von oben mit abgehängten elektrischen Leitungen mit Strom versorgt. Sie sind die einzige Verbindung des Gefängnisses zur Außenwelt. Ja, okay, ja schon. Oh, jetzt hab ich den Knie. Nee, den K... Oh! 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 Mist! Ich wollte doch keinen Alarm rufen! Mist! Ah! Ah! Ich lache, ich komme gar nicht. Ach, da unten ist auch noch einer. Was ist denn, du wolltest doch nicht auf uns schießen oder was, du Lumpen? Ah, Scheiße! Warte, 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 kann ich auch, warte. Wer fängt euch, Leute? Wer fängt euch, Kommandant, schicken zur Stärkung! Ah, ich bin doch der Blöden Helm, ey! Ich bin doch der Blöden Helm! Boah, das war jetzt aber knapp, ey! Hohoho! Alter! Wo, 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 wo! Ich dachte, du wär schon tot, du Seppel, ey! Ja! Ja! Ja, schimmert! Okay, wer von der Granat, das ist mir wurscht! Da drüben ist er! Da drüben ist er! Da drüben ist er! Du bist es aber der Trong! Wie kommt euch das? Danke, ich sage dir nicht, was dir nicht gelesen. Ich sage dir nicht, ich sage dir wie ich schreitze. Das ist mir egal, ist das so gross. Du bist meinst, aber wie kamst du nur noch mal. Ich sage dir nicht, alles gut. Aber das muss ich zu unserem Preis. Ich sage dir nicht, nicht alles. Du bist alle, wenn man ganz特別. Ich sage dir nicht. Aber ich sage dir. so wollen wir mal kurz reingucken hier das hat sich jetzt gelohnt da kommt dann mehr trägt ihr von der lund da neue waffe kampfpistole ach wir haben das boot jetzt unter links gesetzt wir fänden jetzt auch mit dem boot jetzt oh da war wieder gold das ist ja goldig muss ich sagen so von dem aber ich bin so wo geht es hier runter wo geht es hier runter Okay. Achtung, lad nach, Mann! Oh! Komm wieder weg, ey! Geht aber abwärts hier! Geil, ey, echt? Ach, Mann! Lad wieder nach! Du musst immer wieder nachladen! Ah, wo kommt der denn weg? Hey, 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 hey! Da kannst du auch laut sagen, Drecksau von hinten! Ich lade da! Ah, das ist so gut! Ja, da la la, da wo jemand? Ne? Die... Da, da, die... Da, die, die! 去HP Gotts, Light? Geht nicht! Geht nicht! Hier! Fyn, Tein! Geht nicht! die musik hat doch nicht auf, die macht einen verrückt gerade ein bisschen, aber haben wir denke ich mal jetzt hier, ja, da fände ich mal gut über das Boot jetzt benutzen. Ach, war gerade zum Geier. Ah, was ist das für ein Bug, ey? Okay, dann kann man die Haube, ich muss ja die Treppe nehmen. Schau mal einer an, was ne Waffe ist das denn, ey, wow, so und jetzt will ich sagen, ein Professor ist er, ja? Lass nach, Mann! Boah! Ach, Mann! Mach doch mal! 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 da hoch! Boah! Ach, Scheiße, Alter! das ist keine einfache mission nein und ja ich mache hier an der stelle jetzt erst mal cut machen wir weiter und ich würde sagen danke fürs zusehen und ja wir sehen uns euer virus